Hast du manchmal das Gefühl, du steckst fest, du bist richtig wie eingekastelt von lauter Blockaden und irgendwie will es dir nicht wirklich gelingen, wieder in Fluss zu kommen? In solchen Momenten finde ich das Werkzeug des weichen Atems wunderbar hilfreich. Und in diesem Video möchte ich dir gerne näher bringen, wie einfach das weiche Atmen ist, wie jeder von uns in jedem Moment damit beginnen kann und welche heilsamen Vorteile es hat, wenn wir einfach dem Fluss des Atems folgen. Und ich habe euch heute dafür sogar ein paar Bildchen mitgebracht, die ich euch zeigen werde und anhand denen ich euch das weiche Atmen näher bringen werde, weil das einfach etwas auch für mich ist, was ich ja schon seit vielen, vielen Jahren praktiziere und ich dachte, Mensch, viele Leute, die gerade neu auf den YouTube-Kanal gekommen sind, die wissen das mit dem weichen Atmen noch gar nicht. Also ran an den Speck, ich erkläre euch, was es ist und um was es geht. Das weiche Atmen ist auf jeden Fall ein Werkzeug für innere Entwicklung und Heilung. Nicht das einzige Werkzeug, ihr wisst, dass ich es überhaupt nicht mag, wenn man nur ein Werkzeug im Werkzeugkasten hat, aber es ist eins von vielen, die uns helfen und unterstützen können. Zum einen mal die Anleitung. Wie geht denn das? Wie geht das mit dem weichen Atmen? Es ist im Grunde sehr, sehr einfach. Das weiche Atmen ist jetzt nicht so eine Technik, wie du das vielleicht aus dem Yoga kennst. Da gibt es verschiedene Praktiken auch, die den Atem mit einbeziehen oder es gibt auch manche anderen Atemtechniken, wo du zählst für eine bestimmte Art von Entspannung oder so. Oder wo du sogar einen Moment die Luft anhältst. So was ist das weiche Atmen absolut gar nicht, sondern beim weichen Atem richtest du deine Wahrnehmung auf den Fluss des Atems, so wie er jetzt gerade ist. Du fängst also einfach damit an, den Fluss deines Atems überhaupt erst wahrzunehmen, zu spüren. Ach ja, stimmt. Da fließt ja was im Hintergrund. Und du erlaubst dir diesem Fluss zu folgen. Unser Ziel ist nicht tiefer Atmen, länger Atmen, was auch immer Atmen, sondern unser Ziel ist, kann ich diesem natürlichen Fluss mich anvertrauen? Und das hört sich erstmal mega banal an, aber darin birgt sich eine ganz, ganz tiefe, heilsame Kraft. So, und eins von diesen Geheimnissen in unserem Atem ist, dass es sich bei deinem Atem um eine Art Urrhythmus handelt. Nicht nur du als Mensch atmest, es gibt auch nicht nur den Atem durch die Nase, durch die Lungen, sondern unsere Zellen atmen, unsere Organe atmen. Wenn wir in das Reich der Pflanzen schauen, die Pflanzen atmen, die Erde atmet, ich würde sogar sagen, die Steine atmen. Wenn wir am Meer, am Strand stehen, dann können wir den Atem des Meeres hören, diesen Urrhythmus, der, dass einfach Dinge hereinströmen und wieder hinausströmen. Und dass wir in diesem Hin und Her eingebettet sind. Das heißt, wenn wir uns auf den Atem besinnen, besinnen wir uns auf einen Urrhythmus, auf sozusagen, wenn wir zu kompliziert geworden sind, zu sehr im Kopf hängen und in, boah, wie kriege ich das gelöst und wie komme ich jetzt hier weiter und der Verstand spinnt sich ein Ding nach dem anderen zusammen. Dann können wir zurückkehren zur Basis und erst einmal nur lauschen auf den Atem, auf diesen heilsamen Rhythmus, der da in uns fließt. Etwas, was für uns ganz wichtig ist zu üben, aber was wir alle in dieser westlichen Welt eigentlich nicht so gut können, ist Kontrolle loszulassen. Ja, wir werden ja geradezu dazu erzogen und wachsen hinein in diese Vorstellung, ich kann alles kontrollieren, ich kann alles im Griff haben, ich kann alles alleine machen. Und so nähern wir uns dann vielleicht auch dem weichen Atem. Wie kann ich dich machen? Wie kann ich dich in den Griff bekommen? Wie kann ich das beherrschen? Aber der Atem lädt uns ein zu verstehen, dass wir ihn nicht machen können, nicht kontrollieren müssen jetzt in dem Moment, sondern, dass wir uns einlassen dürfen auf etwas, was schon fließt, auf etwas, was schon da ist. Und das bedeutet im Moment auch, die Kontrolle loszulassen. Das Tolle dann ist, dass in dem Moment, wo wir die Kontrolle loslassen, eine tiefere Intelligenz durch uns zu wirken beginnt, dass wir sozusagen Raum schaffen für all die heilsamen Kräfte, die ins Gleichgewicht streben, in die Heilung, in die Balance, sodass natürliche Heilung möglich wird. Ja, es ist tatsächlich so, auch wenn wir das manchmal nicht so sehen können oder wahrnehmen können, dass in unserem Körper zum Beispiel es eine Dynamik gibt, die in die Heilung strebt, in jedem Moment. Selbst wenn wir das Gefühl haben, oh nein, mein Körper streikt und macht die seltsamsten Sachen, dahinter steckt oft der Wunsch, wieder in Balance zu kommen, wieder in Einklang kommen zu dürfen. Und ich finde das immer wieder so schön, wenn ich mit meinen festen Vorstellungen daherkomme und denke, ich habe alles im Griff und ich muss alles selbst wissen. Und dann lehne ich mich zurück und spüre diesen heilsamen Atemrhythmus, diesen Urrhythmus des Lebens und merke, da geschieht was. Dinge klären sich, Dinge lösen sich, harte Sachen werden weich, schwammige Sachen ziehen sich wieder zusammen und werden klar. Das trübe Wasser wird wieder durchsichtig und frisch. Und ja, natürlich nebenbei ist der Atem natürlich auch wundervoll, weil wir dadurch automatisch Lebenskraft auch wieder in Gang setzen. Das ist ein, mit auch ein Zeichen zum Beispiel für Depressionen oftmals, dass das Volumen unseres Atems immer mehr schrumpft, immer weniger Atem, dadurch auch immer weniger Lebendigkeit, immer weniger Frische und Wachheit möglich ist. Und allein sich wieder in diesen Fluss hinein zu begeben, kann dazu beitragen, dass wir auch wieder ganz anders uns lebendig fühlen. Für mich war das weiche Atmen ganz lange Zeit ein Werkzeug oder ein Medium, um Liebe anzunehmen. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt die Liebe von anderen Menschen, sondern in erster Linie mal die göttliche Liebe. Und für mich war das die Annäherung an Gott, an diese tiefe Quelle, an Gottes Liebe und Präsenz, das war ein Weg mit vielen Schritten. Und ich habe oft sehr viel Angst gehabt oder habe mich sehr scheu gefühlt. Wie soll ich anfangen? Wie soll ich mich dem annähern? Und dieses weiche Atmen hat in mir eine Haltung entwickelt im Laufe der Jahre, die einfach ist, mich zurücklehnen und die Liebe anzunehmen, die mich erreichen möchte. Und am Anfang, als ich damit begonnen habe, war natürlich mein Verstand ganz laut und hat immer gesagt, was, da ist keine Liebe da, da ist nichts für dich da, da ist nur Leere, du bist ganz alleine, da ist keine Hilfe, keine Unterstützung. Aber als ob jede Atemerfahrung, jedes Mal, wo ich mich in diesen Fluss eingelassen habe, mir gezeigt hätte, wow, da ist Liebe da, da ist Wärme da und ich kann es einatmen. Da ist dieses Atmen für mich wie so ein Gebet ohne Worte geworden. Ich muss nichts sagen, ich muss nichts wissen, ich muss jetzt nichts denken, mich auf nichts fokussieren oder so, sondern da ist diese Liebe und ich atme sie ein. Ich atme das Geschenk ein, die Unterstützung, die Nähe, die Wärme, auch wenn ich nicht daran glaube, auch wenn ich nicht weiß, wie das geht, auch wenn ich davon überzeugt bin, dass es nicht möglich ist. Und das Atmen hat für mich immer diese Brücke hergestellt, auch zwischen der göttlichen Ebene und der menschlichen Ebene. Ja, gerade neulich hat jemand gefragt, wie ist das, wenn man im Moment kein Ja zum Leben verspürt, wenn man merkt, oh, es ist alles so schwer und man kann eigentlich gar nicht mehr und keine Lust mehr und das ist alles so öde und so oll. Und es gibt diese Phasen und es gibt auch Bereiche in uns, die vielleicht noch nie ein Ja zum Leben hatten, mit gutem Grund. Die sind nicht blöd, die sind jetzt nicht stur oder so, die haben allen Grund, Nein zu sagen zum Leben. Und meinem Gefühl nach, wenn ich in den weichen Atem mich einbewege, dann mit jedem weichen Atemzug werden diese verhärteten Bereiche berührt. Die kommen sozusagen mit diesem fließenden, lebendigen Atem in Berührung. Nicht um überredet zu werden, verändert zu werden oder beiseite geschoben zu werden, sondern um gehalten, um geliebt, um getragen zu werden. Und in mir habe ich dann im Laufe der Jahre festgestellt, dass diese Bereiche wie weich gespült werden, so ähnlich wie Steine im Flussbett. Ja, wenn das Wasser immer wieder drüber gespült, dann werden die Steine rund und es wird weicher, es wird leichter. Ich habe immer das Gefühl gehabt, jeder weiche Atemzug hilft mir, ein neues Jahr zum Leben zu finden. Ja, das habe ich schon erwähnt, die Verbindung mit Gott ist einfach eine wunderschöne Möglichkeit für mich, das weiche Atmen, auch Gott näher kommen zu können, ohne Worte, ohne dass du vorher irgendwas dir da zurechtlegen musst, sondern einfach zu wissen, Gott ist ja schon in jedem Atemzug, in jedem bisschen Sauerstoff, was wir einatmen, in den Rhythmen, die in uns fließen. Da ist ja schon die Präsenz von Gott, das Sein von Gott, der Atem Gottes. Und manchmal, wenn wir tiefer in den Atem reinsinken, dann spüren wir, ich bin eingebettet in den größeren Atem oder ich werde geatmet oder ich kann mich reinsinken lassen in Halt, in Geborgenheit, in die größere Ordnung. Was ich persönlich sehr, sehr schön und sehr, sehr heilsam finde, und da kommen wir auch schon zum letzten Punkt, und zwar zu der Frage, naja, kann man jetzt den Atem, das weiche Atmen, denn auch als Werkzeug einsetzen für die Traumaheilung? Ich spreche auf meinem YouTube-Kanal immer wieder und wieder über die körperorientierte Traumaheilung und über die Bereiche in uns, die aus dem Fluss des Lebens wie rausgehüpft sind durch traumatische Erfahrungen und jetzt irgendwie auf dem Trockenen sitzen, nicht mehr lebendig sind, auch den Zugang zum Leben vielleicht verloren haben, entweder in hohem Stress sind oder total im Rückzug, total in der Erschöpfung, in der Energielosigkeit gelandet werden. Ich würde euch immer sagen, dass kein einzelnes Werkzeug allein für die Traumaheilung in Frage kommt. Also wenn wir sagen, nur das oder nur das, dann würde ich immer sagen, nein, wir brauchen eine ganze Palette von Werkzeugen. Aber in bestimmten Momenten kann das weiche Atmen uns tatsächlich eben helfen, in Fluss zu kommen. Und nicht immer, aber in den Momenten, wo es stimmig ist, wo wir vielleicht so das Gefühl haben, ich sitze auf dem Trockenen. Im Moment, ah, da will sich so viel bewegen, aber ich finde den Ansatz nicht. Ich komme einfach nicht in Fluss. Das sind die Momente, wo wir das weiche Atmen ausprobieren können. Und du kannst es in jeder Lebenslage für dich ausprobieren. Im Stehen, Sitzen, Liegen, Gehen. Du kannst ein paar kurze Momente einfach nur auf den Fluss deines Atems achten. Oder du kannst in die Tiefe sinken und eine halbe Stunde lang in den Fluss deines Atems eintauchen. Wenn du jetzt sagst, ah, naja, ich hätte da gerne Anleitung dazu, ich würde das gerne ein bisschen ausführlicher lernen, dann empfehle ich dir die Oase, meine Online-Community. Da gibt es einen ganzen Videokurs über das weiche Atmen und da gibt es ganz viele verschiedene Atemerfahrungen, die ich auch aufgenommen habe für euch, wo ihr gucken könnt, ah, wie kann ich auf ganz unterschiedliche Art und Weise in diesen weichen Atem eintauchen? Und wie kann der vielleicht Teil werden von meinem Entwicklungsweg und mich mit der Natur verbinden, mich mit dem Atem meiner eigenen Seele oder sogar dem Atem Gottes verbinden, dem Atem der Erde? Wie kann alles in mir wieder vollständig lebendig werden? Ja, und dann danke ich euch erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war für euch irgendwas mit dabei. Lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar da, ob ich öfter mal euch sowas zeigen soll mit Bildchen, ob das hilfreich für euch ist. Ich bin ein sehr visueller Mensch und ich merke manchmal, wenn ich die Sachen sehe, den Text sehe oder Bilder vielleicht auch sehe, dass mir das relativ entgegenkommt. Ihr könnt mir mal wiedergeben, wie das für euch ist. Wenn du noch nicht genug gehört hast über dieses Thema, dann empfehle ich euch jetzt ein nächstes Video. Da geht es auch nochmal um den weichen Atem für Heilung und Verbundenheit. Das ist ein Leuchtfeuer-Podcast gewesen und da könnt ihr vielleicht nochmal ein bisschen tiefer reintauchen in dieses Thema, wenn es euch interessiert. Alles, alles Liebe und bis bald!